Jetzt kannst du einpacken. Ich? Nee, ihr. Und zwar so viel ihr wollt. Die revolutionäre Superlight-Technologie mit maximaler Gewichtsersparnis. Unsere schwersten Caracore 700 MEG, Carahome 650 DG sind plötzlich viel leichter. Aber wie haben wir das geschafft? Die neue Gurtbock-Anbindung in konsequenter Leichtbautechnologie ist sogar noch stabiler als zuvor. Der Bugfender hier vorne ist jetzt in optimierter Sandwichbauweise gefertigt und sogar noch besser isoliert. Die stabile Bodenplatte kommt mit 52 mm Stärke und leichterer XPS-Schaumtechnologie. Im neuen Carahome 650 DG setzen wir ein kürzeres und ergonomisch optimiertes Hochrahmenchassis ein. Die Möbelfronten sind jetzt aus hochfester Lisochor-Leichtbautechnologie. Die neue extrem leichte Blattfeder aus Hightech-Kunststoff. Mit diesen und vielen weiteren Lösungen schaffen wir mehr Zuladung und machen den neuen Carahome zum besten 6-Personen-Alkoven aller Zeiten. Ja genau, ein schicker Familienfreund. Der neue Carahome bringt style in den Alkoven. Neues Dekor, moderne Anmutung, robuster Aufbau. Das perfekte Vermietfahrzeug. Unser Raumwunder für die gesamte Familie. Mit ordentlich Platz und ordentlich Zuladung. Ja, nur den Preis, den haben wir kompakt gehalten. Denn der ist ganz Weinsberg-typisch unschlagbar. Leichter, langlebiger und belastbarer. Beste Dynamik und innovative Bionic. Das ist DIONIC. In mehreren Jahren Entwicklungszeit haben wir eine innovative und ausgereifte Basis für Caravan und Carasito geschaffen. Dank hochfestem Stahl sparen wir Material und verbessern mit bionisch optimierten Aussparungen die Statik. Mit den hochwertigen Markenkomponenten der Firma Knot und zusätzlicher Dämpfung sorgen wir für Langlebigkeit. Bringt mit, was ihr braucht und ist von uns auf Herz und Nieren getestet. Denn auch auf einer nochmals verschärften Rüttelstrecke hat DIONIC alle Tests hervorragend gemeistert. Ab diesem Jahr gibt es auf Wunsch in allen unseren Reisemobilen und CUV leichtere Lithium-Ionen-Akkus. Ergebnis 10 kg Gewicht eingespart und Kapazität auf bis zu 100 Ampere Stunden erhöht. Smarter wird es auch bei unseren TVs, denn ab Modelljahr 2022 verbauen wir im TV-Paket automatisch einen Smart-TV. Hier im Pepper ist der sogar inklusive. Nicht nur deswegen ist der Pepper mit über 20.000 glücklichen Besitzern das vielleicht meistverkaufte Reisemobil seiner Klasse. Bei allen Weinsberg-Reisemobilen gibt es ab jetzt das neue Truma iNetX Bedienpanel. Mit modernem Touchscreen für super einfache Bedienung von Heizung und Warmwasser. Auch an unsere Caravan-Freunde haben wir gedacht. Auf Wunsch bekommt ihr einen mobilen Lithium-Ionen-Batterie-Pack, der euch eine Nacht autark mit Strom versorgt. Ab Modelljahr 2022 bauen wir alle unsere Reisemobile und CUV auf dem neuen Fiat Ducati Chassis. Das ist nicht nur komfortabler, sondern auch sicherer. Mit vielen neuen Assistenzsystemen auf Wunsch, wie zum Beispiel dem Spuralterassistent oder dem Abstandstempomat, seid ihr vor allem eins. Besser unterwegs. Ja, smarter, moderner und sicherer. Und super light. Ja, das ist Weinsberg und dein Urlaub für 2022.